Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meinem zweiten Video zum Thema Trotzphase. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal ein Video hochgeladen, wo ich euch erzählt habe, wie das bei uns gerade aktuell mit der Trotzphase so läuft und was ich dagegen oder dafür oder wie auch immer tue, um uns irgendwie zu erleichtern oder was wir halt einfach gemacht haben. Das Video verlinke ich euch gerne nochmal und ihr habt mir unglaublich viele Tipps unter diesem Video gegeben, wofür ich euch sehr, sehr dankbar bin. Und drei dieser Tipps haben wir hier zu Hause angewandt und deswegen wollte ich gerne nochmal ein Video drehen und das Ganze mit euch teilen. Und wir fangen mal damit an, dass ich mir solche Sticker besorgt habe. Die habe ich bei Amazon bestellt, den Link packe ich euch auch mal unten in die Infobox. Die war nämlich echt super, super günstig und seit, ich glaube drei Wochen machen wir das jetzt, kleben wir immer abends mit Vince einen Sticker. Also einfach in unserem normalen Kalender, da hat Vince ja auch seine Spalte und jeden Abend darf er dann an einem entsprechenden Tag einen Smiley kleben. Und es war, seit wir diese Smileys haben, von heute auf morgen ist es besser geworden. Ich musste noch nie einen roten Smiley kleben. Also einen roten Smiley hätte ich geklebt, wenn so eine typische Trotzreaktion gekommen wäre, wie ich es in einem anderen Video erzählt hatte, wie das dann abgelaufen ist, also mit Hauen und Schreien und allem, hätte ich einen roten geklebt, musste ich seitdem nie tun. Also die meiste Zeit kleben wir wirklich grüne, ab und zu kommt auch mal ein gelber zum Beispiel. Und Vince ist so motiviert, also er steht manchmal frühmorgens auf und sagt, Mama, heute möchte ich einen grünen Smiley schaffen. Und das sind dann wirklich so einfache Tricks, wenn ich merke, okay, er driftet hier irgendwie ab oder es könnte gerade kritisch werden, und dann sage ich, Vince, du wolltest heute aber einen grünen Smiley schaffen. Und schon switcht er um und ist wieder total lieb. Also das ist für den die pure Motivation. Und da gibt es dann halt auch keine Bestrafung mehr. Also die Bestrafung ist dann halt nicht mehr, dass er kein Fernsehen mehr schauen darf, sondern er muss halt hinnehmen, dass er einen gelben Smiley bekommt. Das ist für ihn schon Bestrafung genug, weil er wirklich immer unbedingt diese grünen haben möchte. Wir belohnen aber auch. Und zwar, am Anfang war es so, wenn er drei grüne Smilies hintereinander hat, dann bekommt er eine Belohnung. Das war ein Auto beim allerersten Mal, dann wollte er unbedingt mal dieses Glibbi für die Badewanne ausprobieren. Eis essen, Zoo, solche Sachen. Also nicht immer unbedingt was mit materiellen Wert, sondern auch was unternehmen. Mittlerweile ist aber es schon so gut und wir klären so viele grüne Smilies, dass wir es auf fünf grüne Smilies angehoben haben, weil es soll ja schon auch noch was Besonderes bleiben und die Motivation soll bleiben. Aber das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das hat bei uns wirklich von jetzt auf gleich super gut funktioniert. Dann habt ihr mir zwei Bücher empfohlen. Und wir starten mal mit dem Buch hier. Das ist die kleine Motzku von Annette Langen und Imke Sönnichsen oder wie man die schlechte Laune verjagen kann. Aus dem Koppenrad Verlag ist dieses Buch. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Super geil. Man hat hier so ein kleines Stofftier und das ist die Motzkuh. Und da müsst ihr dann halt mal schauen, also das kann man auch so als Handpuppe benutzen, wie ihr das in euren Alltag einbaut. Wir haben von Anfang an gesagt, die Motzkuh muss immer hier in ihrem Käfig bleiben. Also Vince kennt Käfig ja auch so von Meerschwein oder Kaninchen beispielsweise und wir sagen, das hier ist der Käfig der Motzkuh. Und wir dürfen die nie hier rauslassen, weil wenn wir die rauslassen, dann fängt irgendeiner an zu motzen und es ist auch so, dass wenn dann einer anfing, also das muss man dann wirklich auch komplett machen, egal ob Svea motzt, Vince motzt, Papa motzt oder ich motze, muss man dann schnell sein, diese Motzkuh holen und dann als Handpuppe verwenden und oh nein, die Motzkuh ist aus ihrem Käfig ausgebrochen und schon motzt hier einer bei uns zu Hause los. Das hat bei Vince super funktioniert. Also manchmal denke ich halt so als Erwachsener und so, aber Kinder sind so manipulativ und das ist super toll. Es geht halt darum, dass die Oma eine neue Lesebrille hat und plötzlich beim Motzen die Motzkuh entdeckt. Die ist nämlich so klein, dass man die eigentlich gar nicht sieht und die versteckt sich ganz gerne hier unter der Kapuze oder so. Und immer wenn die Motzkuh da ist, fangen halt die Leute an zu motzen, egal ob Kinder oder Erwachsene. Und dann muss man die Motzkuh ganz, ganz schnell verjagen und dann hört das Motzen auch wieder auf. Und seit wir das Buch haben, mussten wir das halt ganz, ganz oft lesen und haben uns dann auch viel mit Vince darüber unterhalten. Und man kann halt, wie gesagt, mit der Motzkuh arbeiten, wie man möchte. Bei uns halt so, die muss in ihrem Käfig bleiben, die darf nicht ausbrechen. Und wenn doch mal einer motzt, dann ist sie halt doch ausgebrochen, dann müssen wir sie ganz schnell hier wieder einsperren. Und bei Vince ist es halt so, in dieser Motz-Reaktion wird er durch diese Handpuppe aber so schnell abgelenkt und kümmert sich dann darum, dass die wieder hier in ihren Käfig kommt, dass das Ganze schon wieder vergessen ist. Super genial! Kann ich echt nur empfehlen, das dann auch wirklich so anzuwenden. Also richtig klasse! Bei uns hat auch das super, super gut funktioniert. Und das ist das zweite Buch, was ihr mir empfohlen habt. Das hatte ich sowieso schon auf meiner To-Read-Liste, weil ich es ganz, ganz oft schon auf Instagram gesehen hatte. Und weil es halt bei uns gerade so zeitlich auch so passte, wollte ich das sowieso lesen. Und da ihr mir nochmal unter dem Video den Tipp gegeben habt, habe ich es mir dann sofort besorgt und angefangen zu lesen. Das hier ist das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, treib mich in den Wahnsinn. Der entspannte Weg durch Trotzphasen von Daniel Graf und Katja Seide aus dem BELZ Verlag. Ist ein Taschenbuch, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und immer wenn ich das lese, will Vince halt dieses Mädchen sehen, das ein kleines Teufelchen ist. Und da habe ich ihm dann schon manchmal erklärt, was halt in dem Buch so erklärt wird und warum ich das lese. Und das findet er auch ganz interessant und schön. Und ich kann euch das nur empfehlen. Ich hatte das Buch schon mal auf Instagram gepostet und dann wurde ich dann gefragt, ob es sich wirklich lohnt, das zu lesen oder ob das wieder nur so ein Buch ist, wo überall dasselbe drin steht. Nein, es lohnt sich wirklich, weil es handelt davon, wie das kindliche Gehirn funktioniert und warum die manche Sachen gar nicht so auffassen können, wie wir sie von uns geben. Also gerade ist auch super interessant für jetzt schon die Zeit von Svea. Also so Trotzphasen gehen ja mit einem Jahr los. Ich hatte jetzt schon zweimal bei Svea das wunderschöne Erlebnis, dass sie sich zum Glück hier zu Hause auf den Boden wirft und rumheult. Nicht so laut und auch nicht lang und so, aber es war da. Und deswegen ist es halt noch besser, weil ich dann schon bei ihr jetzt von Anfang an es richtig machen kann. Denn ich habe vieles falsch gemacht. Zum Beispiel jetzt in einem Alter von Svea, sie kann oder ihr Gehirn kann einfach nein und nicht, nicht, kann einfach die Worte nein und nicht, nicht verarbeiten. Das heißt, aus meiner Aussage werden diese Wörter bei ihr im Kopf einfach rausgestrichen. Sie kann so viel noch nicht verarbeiten. Und wenn ich quasi sage, geh da nicht ran, kommt bei ihr halt geh da ran an. Und deswegen muss man einfach, wie man Dinge sagt, formuliert, das muss man einfach sich angewöhnen, ein bisschen anders zu formulieren. Und man soll sowieso nicht so viel Nein verwenden. Obwohl ich festgestellt hatte, bei Svea hat das sehr, sehr viel besser funktioniert als bei Vince damals. Man soll die Kinder lieber, also bei Svea ist so ein typisches, die macht immer unseren Blu-ray-Player an. Und da soll man sie lieber aus dieser Situation rausholen. Also ihr sagen, tu das bitte nicht, wollte ich gerade sagen, geht nicht. Halt dann sagen, komm her, wir spielen lieber. Also sie davon wegholen, weil sie es nicht tun soll. Und dann lieber eine Alternative bieten. Also ein Spielzeug anstatt des Blu-ray-Players. Und ich habe super viel gelernt, auch bei Vince. Und er hat auch gerade, das hatte ich jetzt letztens erst gelesen, dieses Papa, du bist nicht mehr mein Freund. Und das ist von ihm einfach, er möchte damit ausdrücken, dass er gerade enttäuscht ist, was auch immer gerade passiert ist. Und der Papa ist so einer, der dann auch kindisch reagiert und dann so, ne, und so pumpig kommt. Was man halt überhaupt nicht machen soll, sondern man soll das Kind wirklich ernst nehmen. Und ich sage dann in solchen Situationen, das ist aber schade, das ist der Papa bestimmt sehr traurig darüber. Aber ich verstehe, dass du gerade ärgerlich bist. Und das Buch hat mir wirklich so die Augen geöffnet. Das ist unglaublich gut. Das ist so toll. Und ich verstehe mein Kind wirklich so, so viel besser und kann so viel empathischer auf ihn eingehen. Ich weiß, dass er selber auch ein sehr empathisches Kind ist. Und lest das wirklich alle. Also am besten schon im Babyalter, damit ihr ab dem ersten Lebensjahr das wirklich richtig machen könnt. Also es war unglaublich gut. Es hat mir so die Augen geöffnet und mir so viel beigebracht und mir gelernt. Also ihr könnt das wirklich nur verstehen, wenn ihr es selber gelesen habt. Aber es war für mich wirklich eine riesengroße Veränderung im Verständnis meiner Kinder und damit auch in der Beziehung. Und ich habe mich natürlich immer noch dabei, dass ich manchmal laut werde. Aber schon in der ersten Sekunde erschrecke ich mich vor mir selbst und denke, Mist, du wolltest das nicht mehr. Du weißt, wie es anders und wie es besser geht und schalte dann wieder um. Und in diesen Situationen, wenn mir das dann halt doch mal passiert, entschuldige ich mich auch sofort bei den Kindern. Ob es jetzt Svea ist, ich habe keine Ahnung, ob die das schon versteht. Aber ich möchte das unbedingt tun. Also lest es wirklich alle unbedingt. Ich möchte auch unbedingt das Manus liest. Ich hoffe, er tut es. Weil der ist ja mein, das sagt er auch selber ganz oft, er ist mein drittes und viertes Kind. Und so benimmt er sich auch ganz oft gegenüber Vincent. Und dieses Buch wird ihm zeigen, wie er das doch bitte besser zu machen hat. Also mir hat es schon viel gelernt. Ich habe schon sehr, sehr viel verändert. Aber natürlich ist das ein Prozess, der auch länger dauert und wo man sich immer wieder zusammenreißen muss und sich denken muss, nein, es geht doch anders. Oder nein, ach okay, du musst es so oder so machen. Aber es hat mir schon jetzt sehr, sehr geholfen. Und ich möchte es euch allen ans Herz legen, dass ihr das wirklich mal lest. Auch wenn ihr kein Leser seid. Bitte tut es. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil es mir so unglaublich viel gebracht hat und mir so gut gefallen hat. Und seit wir diese drei Sachen machen oder beziehungsweise das Motzkuhbuch haben, die Sticker für Vince haben und ich das gelesen habe, läuft es bei uns wieder so, so gut. Also natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass Vince irgendwie so und das ist doof oder so. Aber wir kommen innerhalb von Sekunden aus dieser Situation halt wieder heraus und das ist das, was mir so gut gefällt und was mich von diesen drei Dingen auch überzeugt hat, sodass ich das gerne jetzt nochmal mit euch teilen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere zusätzliche Tipps habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ist natürlich auch interessant für die anderen, die das schauen. und falls ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt mir auch mal, ob ihr es auch so toll fandet wie ich, wie es euch geholfen hat und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!